Hey, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch einfach mal diesen genialen Neon-Light-Effekt durchgehen, wie man das erstellt, vor allem mit den variablen Bruchstellen, wo es halt so leicht durchliegt und dementsprechend so einen Neon-Röhren-Flare gibt. Dafür gehen wir jetzt in Affinity Photo 2 rein, gucken uns erstmal an, dass wir halt irgendwie grundsätzlich was einstellen. Ich habe jetzt Quad Full HD eingestellt. Dort müssen wir eine leichte Änderung machen, das müssen wir aber bei jedem grundsätzlich erstmal machen. Dafür gehen wir auf Dokumente, gehen auf Format, ICC, Profil umwandeln und dort gehen wir von RGB 8-Bit auf 16-Bit. Dadurch hat man halt weichere Übergänge, weil halt da sehr viel mit abgestuften Blenden im Prinzip entsteht und dementsprechend ein Bending entsteht, wenn da nicht auf 16-Bit geht. Dadurch haben wir das jetzt erstmal erledigt. Als nächstes setzen wir halt eine Filler-Ebene rein. Dadurch gehen wir auf Ebene, Füllungsebene und auf dieser Füllungsebene stellen wir halt erstmal eine Farbe ein. Dafür gucken wir uns jetzt einfach mal an, was relativ gut aussieht. Ich würde jetzt sagen so, haja, diese Farbe ist gut. Hier müssen wir jetzt auf ungefähr Luminenz von 5% gehen. Dadurch ist es halt jetzt wieder recht duster bis halt komplett schwarz. Je nachdem wie man es halt einstellt. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen weiter. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an und erstellen mal einen Punkt, der einfach relativ natürlich aussieht, als ob es halt so ein Light-Leak ist. Dafür gehen wir jetzt hier auf unsere Werkzeuge. Da nehmen wir halt ein Eclipse-Tool. Machen wir einfach einen runden Kreis. So, den runden Kreis haben wir jetzt erstellt. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Weiß, damit man das jetzt besser sieht, was da jetzt überhaupt vonstatten geht. So, gerade mittig einstellen. Und jetzt nehmen wir das Verlaufwerkzeug. Dort stellen wir jetzt den Verlauf einfach rein. Ziemlich simpel erstmal. Da gehen wir jetzt von Linear auf Ecliptisch. Ecliptisch? Gehen wir auf Ecliptisch und dort gehen wir jetzt einfach mal Blend-Mode ändern. Wir ändern von Normal auf Farbe abwedeln. Und schon haben wir halt ein relativ Light-Leak so einen kleinen Dot, den wir haben, mit einem kleinen Punkt. Wie man jetzt sehr gut sehen kann, ist halt in der Mitte so ein weißer Punkt. Je nachdem, ob man ihn haben möchte oder nicht, kann man ihn halt wegkriegen, indem man halt auf Füllung hier oben geht, dort dann halt die weiße Farbe auswählt und die weiße Farbe auf Luminanz auf 95 oder irgendwas so zwischen 95 und 99 dreht. Dadurch ist der Punkt halt weg und man halt nur noch einen einfarbigen Punkt. Nehmen wir den mal und setzen mal woanders kurz hin. Und jetzt machen wir mal so einen Kreis. Und hier ist genau dasselbe Spielchen mit einem Verlaufwerkzeug. Gehen wir ihn hier oben rein. Und er fügen da noch einen entsprechenden Marker rein. So, diese Marker setzen wir hier komplett auf weiß. Aber besser gesagt auf 95 Prozent. Und setzen alle anderen Punkte halt auf schwarz. So, dann nehmen wir halt auch diesen Mittelpunkts Marker, wo man halt das auch ein bisschen begrenzen kann. Wie man das jetzt sehen kann, setzt sich das relativ eng. Damit man das halt ein bisschen variabel hat. Und hier gehen wir jetzt natürlich auch auf entsprechenden Farbe abwedeln. Und jetzt hat man halt einen recht runden Kreis. Das passen wir jetzt noch ein bisschen an. Damit das halt ein bisschen besser aussieht. So. Und jetzt kann man halt sehr gut sehen, man halt diesen Punkt nimmt und ihn ransetzt an den Kreis, dass automatisch so ein Übergang entsteht. Und schon ist halt so ein kleiner Fehler in der Neonore drin, den man halt sehr gut einfach versetzen kann. So. Jetzt machen wir uns einfach mal kurz die Mühe und machen halt einfach nur Copy-Paste. Also ich erstelle ein Duplikat mit halt STRG-J. Und setze den Punkt einfach mal auf anderen Seite, damit das halt ein bisschen besser aussieht. So funktioniert das halt grundsätzlich erstmal mit Konturen. Jetzt fügen wir eine Schrift ein, wo ich ganz einfach Neon sage. So. Gehen wir hier jetzt entsprechend auf die Ebenen-Einstellung, also Ebenen-Effekte. Dort gehen wir dann auf Umranden, setzen da ein Häkchen dran, gehen hier auf Kontur und Mittig-Ausrichtung und setzen dann halt den Radius auf 100 Pixel. So. Dadurch haben wir dann schon mal ein relativ festliches Bild. Gehen wir hier auf Farbe abwählen und wie man sieht, haben wir jetzt so leichte Probleme damit. Da setzen wir dann halt auf den entsprechenden Verlauf. Fügen wir noch eine weitere Ebene ein. Diese Ebene in der Mitte setzen wir halt auf ungefähr 95 Prozent Helligkeit und setzen die äußeren beiden Punkte logischerweise auf Schwarz. Das war halt so ein richtig schönen Konturhaar. Da kann man dann entscheiden, wie das halt im Großen und Ganzen aussehen soll. Dann will ich jetzt noch auf der rechten Seite bei dem Neon, wo das Ende jetzt überlagert ist, einfach mal was ausschneiden. Aber man kann sich jetzt auch einmal kurz angucken, wie das halt aussieht, wenn ich das so über den Strich lagere. Aber hier will ich jetzt noch was ausschneiden, halt auf der rechten Seite. Dafür erstelle ich halt kurz ein Rechteck, was ich dort rüber setze. Dies setze ich dann als entsprechender, ich weiß gar nicht, wie das jetzt im Deutschen heißt, aber ein Schaltlayer drauf. Also einen entsprechenden Ebeneffekt. Dadurch, dass der halt hier Farbe abwedeln hat, nimmt er halt Schwarz einfach mal raus und ignoriert die schwarze Farbe. Dadurch hat man jetzt hier halt nur harte Kanten. Um diese harten Kanten halt rauszukriegen, rastern wir das Ganze jetzt mal kurz. Und gehen auf den Ebeneneffekt, wo wir dann halt gaussische Umschärfe einfach hinzufügen und sagen, wir fügen da so viel gaussische Umschärfe zu, wie wir halt wollen. In dem Fall ist jetzt 45, das gefällt mir auch relativ gut. Und können die Schrift jetzt halt eventuell noch ein bisschen vergrößern, wobei wir jetzt mit dem Objekt mit Skalieren einstellen, damit wir die Einstellung nicht verlieren großartig. So und damit man jetzt sehen kann, dass es auch ohne Problem mit Schrift funktioniert, kopiere ich jetzt wieder einen dieser Punkte und setzen jetzt einfach mal hier unten beim N hin. Und wo machen wir noch hin, so schön. Machen wir auch beim E, nur ein bisschen kleiner. Und so kann man halt relativ gut so ein kleines Neonschild halt, je wie man es braucht, hinkriegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie man halt eine realistische, fehlerbehaftete Neonschrift erstellen kann, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.